Eisverkehr-Video. Weil die Sonne so schön scheint. Zum Glück habe ich so ein tolles Stativ entdeckt im Internet. Ist ja sonst verboten. Nicht, dass die netten Polizisten sonst noch etwas dagegen zu sagen haben. Ach, ein blauer Skoda. Nee, weil das ist halt hässlich. Und Neuwaren kauft man gar nicht. So blöd kann man nicht sein. Und dann bin ich bald bei meinem Schatz. Adieu. Ich muss jetzt YouTube-Videos pausieren, meine lieben Freunde. Weil mir tut die Hand an der Stelle weh, wo ich die Videos immer an- und ausdrücke. Das geht wirklich nicht. Ich mach jetzt Pause. Wenn ich kann. Ich versuch's. Tschüss. Jetzt drück ich mal mit links.